Hallo zusammen, es ist soweit. Das erste Türchen im Adventskalender 2014 hat sich geöffnet. Und auch für mich öffnet sich heute eine ganz besondere neue Tür. Und zwar da oben in diesem Dachgeschoss-Office. Ich arbeite ab heute bei der Online- und Digital-Fundraising-Agentur Getunic AG in Zürich. Beziehungsweise für dessen Brand RaceNow. Für mich ist es ein besonderer Schritt, denn seit zwölf Jahren bin ich jetzt im professionellen Fundraising unterwegs und tätig. Davon ja zehn Jahre beim Kinderhilfswerk NPH Deutschland. Jetzt in den letzten zwei Jahren verstärkt Einblicke in die Verbandsarbeit kennengelernt bei Swiss Fundraising, dem Schweizer Berufsverband der Fundraiserinnen und Fundraiser. Und jetzt eben ein neuer Schritt auf die Dienstleister-Seite im Non-Profit-Sektor. Darauf bin ich sehr, sehr gespannt. Mal gucken, ob die wirklich bessere Kekse und dicke Autos haben. Na, ich weiß schon aus Vorgesprächen, das ist zumindest bei Getunic oder RaceNow nicht so. Ich bin sehr gespannt. Und für mich ist es ein logischer Schritt, dass ich in diese Ecke des Fundraisings auch gehe. Denn nachdem seit über acht Jahren jetzt ja der Schwerpunkt, einer meiner Schwerpunkte, das Großspenden-Fundraising ist, ja zusammen mit Marita Heibach auch das Major Giving Institute gegründet habe, ist das Online- und Digital-Fundraising der zweite wichtige Bereich, mit dem wir Fundraiserinnen und Fundraiser uns beschäftigen müssen. Denn diese ganze Online- und Digital-Zeugs wird doch immer bestimmender in unserem Leben und macht hoffentlich unser Leben auch immer einfacher. Und nicht nur unser Leben, sondern auch unser Fundraising. Und da bin ich sehr gespannt drauf, eben diese beiden Bereiche auch zusammenzubringen. Also das 1-zu-1-Fundraising, also das ganz Klassische, wie gewinnen, binden, begeistern, inspirieren wir Menschen für unsere gute Sache. Und zum anderen dann eben auch dieses ganze Online- und Digital-Zeugs, was uns immer wichtiger wird und auch fürs Fundraising uns große Dienste erbringen kann. Hoffe ich zumindest. Da oben bei Getunic, so hoffe ich, das erwarte ich zumindest, arbeiten die mit die Besten, die Profis, Cracks in diesem ganzen Bereich und von denen werde ich viel lernen, hoffe ich. Und ja, jetzt bin ich gespannt und gehe mal da hoch. Die warten nämlich schon. Um 9 Uhr geht's los. Und jetzt müsste es schon 2 nach 9 sein oder so. Also bis später. Tschüss!